Die schönste Pause, Melanie Müller kuschelt mit Mia Rose Knuddelalarm auf Mallorca! Auf der beliebten Ferieninse startete vergangenes Wochenende die offizielle Partysaison 2018. Und wer darf dabei natürlich nicht fehlen? Melanie Müller, 29. Die Ex-Dschungel-Camp-Queen stand aber nicht nur auf der Bühne des Megaparks, sondern eröffnete auch ihre Bratwurst-Büde Grimmüller. Volles Programm für die Power-Blondine! Dabei schöpfte die 29-Jährige zwischendurch immer mal wieder Kraft bei einer ganz besonderen Person, bei ihrer Tochter Mia Rose. Die schönste kleine Pause vom Opening-Marathon, die es gibt, schrieb die Schlagersängerin zu einem süßen Schnappschuss auf Facebook, auf dem Melly ihre kleine Prinzessin liebevoll knudelt. Die beiden Müller-Ladis strahlen in die Kamera und genießen gemeinsam die Sonne auf Mallorca. Die Liebe zu ihrer Tochter drückte die Blondine auch mit ihrem Haarstack raute Ich liebe dich aus. Mit dem Foto beweist außerdem, sie kriegt Karriere und Mama seien unter einen Hut. Ihre Karriere verfolgte die Leipzigerin schon kurz nach der Geburt ihrer drolligen Maus weiter. Nur zwölf Tage, nachdem ihre Tochter geboren war, stand sie wieder auf der Bühne. Zur Unterstützung hat die Maku-Enthusiastin eine Nanny eingestellt. Die Maku-Enthusiastin eine Nanny, in der